Roger, take off. Nein, 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 null, 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 zwei, zwei, hallo, 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 check, 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 check. Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir sie wieder verarscht, Christian. Die wissen wieder nicht, wo wir rumfliegen, ja. Ja, hast du dir nichts Bescheid gesagt, oder was? Nein, nein, ich hab nicht gesagt, wo wir hinfliegen diese Woche. Absolut. Hab ich einfach nicht gesagt. Wir lassen, wir überraschen unsere Passagiere wieder hin. Ganz normal. Ja, wir denken alle, wir fliegen in die Sonne, aber fliegen, dabei fliegen wir in Sarant-Arktis, die Schweine. Ja, wir standen, wir landen nicht, wir schubsen sie raus. Genau, kriegen Fallschirm, wenn ihr die Hand gedrückt und bleiben hier, macht gut. Tschüss, 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 die Kosten. Erst da ist die Reißleine, ne, erst bis 10 zählen, dann ziehen. Und ich lande die nicht in den Triebwerk, wenn wir sie vorne rausschmeißen. So ist es los, ist auch schön. Ja, herzlich willkommen zu Wolfschen Walloware, heute hier aus unserem Learjet, privat Learjet, weil wir verdienen so viel Scheiße wie Geld, wir wissen gar nicht mehr, was man machen soll. Wir haben so viel Loot bekommen, wir haben so viel Loot bekommen, dass wir schon schön wird. Und du weißt, total, total, post, oh, ich hab hier Wodka, Lemon drin, einen Moment. Ich hab hier puren Wodka, weil Piloten saufen ja immer, deswegen... Ja, ohne geht gar nicht, nachher von da schon mal noch das Tour dessen, hinten auf so einer Toilette. Und dann geht das Rapi-Zapi. Na, so, Angelika ist gleich wieder dran. Ja, ähm, ich bin ein bisschen erkältet, aber trotzdem... Wie man hört. ...am Montags striemen. Und, ähm, ich hab am Samstag einen kleinen Test-Stream gemacht, nachdem ich der Kino so derbe genervt hatte. Ähm, aber, ja, Sekunde, ja. Ja, auf 2.09 wechseln, alles klar, gut, danke. Ähm, haben wir, äh, ja, einen Test-Stream gemacht, Farming-Simulator 17. Oh, Mann. Oh, Mann. Warum ich mir das Spiel geholt hab, weiß ich jetzt auf jeden Fall. Schaut auf jeden Fall am Montag rein, dann werde ich euch alles Weitere erklären. Ei, die Witzka, ist das ein Suchtfaktor? Krass. Krass, war auf jeden Fall lustig. War auf jeden Fall, ist sehr lustig, ist sehr lustig. Auf jeden Fall. Super, 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 super. Klasse. Schön. Und dieser Podcast, halt, ne. Jörg, 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 Jörg. Ist das eine Herd oder eine Leile? Ja, wenn ich so besoffen bin, dann machen wir am Dienstag gar nichts. Ja, das werden wir auch am Dienstag, haben wir Stream-frei. Ach schon. Ah, ich wollte heute, ja, sicher. Es reicht auch ein bisschen Farming-Simulator, dann müssen wir mal ein bisschen wieder an die Ohrläppchen drehen, davon runterkommen und dann am Dienstag haben wir Zeit dafür. Am Mittwoch forzen wir wieder. What's Horizon 3. Einige haben sich schon gemeldet. Wir haben uns das Crew, McLean, Champ, Keno, Darius, ich, Blue eventuell, habe ich schon gehört. Ich komme nach, nach dem Spanisch. Er kommt nach, nach dem Spanisch und dann können noch ein paar Leute mitmachen. Wenn er mitmachen wollte, schreibt unten in die Kommentare. Ansonsten werden die Zuschauer, die da drin sind, aktiv eingeladen und dann geht's los. Aktiv, 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 meine Freunde. Super, klasse. Was machst du, Donnerstag? Prost. Auf jeden Fall. Und dann? Reiß den Greenscreen um. Reiß alles gut. Donnerstag ist wieder mal, ihr seht's auf meinem Kopf. Ich habe ja gesagt, ich mache jede Woche einmal mindestens Mafia. Und, ähm, das mache ich auch diese Woche. Klasse, runter, 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 Vögel, 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 wir müssen ausweichen. Links, rechts, ahhh, scheiße. Okay, okay, haben wir geschafft. Haben wir geschafft. Entschuldigung, Entschuldigung. Was? Donnerstag? Donnerstag. Donnerstag, äh, Mafia. Ihr wisst, wir wollen durchwichsen. Und wir sind schon relativ weit. Und ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid. Äh, ich brauche wieder eure Unterstützung. Ihr wisst Bescheid. So, das war mein Donnerstag-Stream. Ich bin halt das Woche ein bisschen sperrlich besät. Ehrlich? Wir hatten am Samstag besamt. Wir haben die Felder besamt. Ja? 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 Ja, wir haben besamt. Was machst du denn am Freitag? Am Freitag mache ich, äh, den Rest. Da hören wir auf zu besamen. Ja, genau. Am, ähm, Freitag möchte ich gerne Battlefield 1 zu Ende spielen. Das ist nur noch anderthalb. Ja, ich bin schon durch. So ist es jetzt, ja? Alter. Ey. Pro, weißt du? Pro. Ja, ja. Und das ohne Elite-Patronen? Ja, Maus, Tastatur, Astro. Läuft, läuft, läuft. Aber auch auf leicht stehen. Deswegen. Ich bin nur dreimal gestorben in der ganzen Story. So, das ist, ja. Ja, und immer bei der gleichen Mission. So eine Scheiße, Alter. Stell dir mal aufs Schwer, kommst du gar nicht durch. Naja, okay. Restlich, äh, also am Freitag Battlefield 1. Ähm, machen wir durch. Dann werde ich wohl wahrscheinlich das neue, äh, also nicht das neue, das gute alte, neue, neue Spiel bei uns hier reinschmeißen. Auf der 360-Konsole dann allerdings. Enslaved. Richtig geiler Story-Modus. Mal was ganz anders. Brauche ich einfach mal in die Switcher-Ecke rein. Und dann, äh, streben wir dann. Ab 20 Uhr. Mhm. Wird cool. Wird lustig. Was? Wann ist das jetzt? Am Freitag, oder? Mhm. Also, das heißt, weiter machst du Battlefield und Dingens? Ja, wenn Battlefield natürlich ist, kann ich ja schlecht ausmachen um halb 10. Ja, klar. Sagst du so, Freunde, pass mal auf. Nein. Nein. Mach ich nicht. Nein. Nee. Nein. 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 Monatsende wollte es ja noch rumkommen, ne? Da müssen wir nochmal gleich besprechen hier. Ja, ich bin ja schon im Jet. Ich mein, fliege ich einfach rüber. Komm, guck mal da hinten rechts. Anderes rechts. Ja, genau da. Da. Ja. Nee, anders rechts. Da. Da. Ja. Da. Da will ich hinfliegen. Das sieht schön aus. Das ist New York, glaub ich. Oder so. Da sind wir schon wieder falsch hier. Ich werde uns alle abfangen hier. Ja. 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 Scheiße verflogen. Alles klar. So, wir suchen mal den neuen Weg. Kommt gut in die Woche rein. Ich und Käpt'n Baum sagen Tschüss und haut rein. Lasst euch nicht verfliegen oder vögeln oder sonst irgendwas. Am Montag besagen wir uns. Am Mittwoch forzen wir uns. Am Donnerstag knallen wir uns ab. Und am Freitag gucken wir uns was Neues an. Wow. Klingt nach Plan. Haut rein. Ciao. Dir hat das Video gefallen? Ja, sauber. Cool. Freue ich mich. Bewertet es doch einfach. Schreib mir einen Kommentar. Abonnier den Kanal nur, wenn es dir gefallen hat. Ansonsten checkst du nochmal links und rechts ein paar andere Videos von uns. Und dann lade ich dich auch recht herzlich ein. Wenn du Bock hast, mal beim Stream dabei zu sein, schau einfach mal unten in die Videobeschreibung. Da ist alles weiter drin. So, ich bin weg. Ich wünsche euch was. Ciao. 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 Ciao.